Als am Donnerstagmorgen die rund 40 Akteure der Young Americans die Max-Alt-Schule betraten, übertrug sich innerhalb kürzester Zeit ihre Power, die gute Laune und Begeisterung für Tanz und Gesang auf die anwesenden Schülerinnen und Schüler in der Aula der MES. In einer kurzen Demo-Show stellten sich die Young Americans vor und gaben Einblicke in das Programm der kommenden Tage. Für die über 70 Teilnehmer der Max-Alt-Schule, unter denen sich nicht nur Schüler befanden, begann anschließend in der Großsporthalle ein intensives Training in Gesang, Tanz und Choreografie. Die Young Americans sind eine internationale Künstlergruppe, die in einem dreitägigen Workshop mit den Teilnehmern eine Bühnenshow einstudiert, welche ab Ende auch vor einem Publikum aufgeführt wird. Mit ihrer guten Laune und viel Spaß, aber vor allem mit der unglaublich positiven Energie, die die jungen Showprofis spürbar verbreiteten, gelang es ihnen, dass jeder Teilnehmer des Workshops zu 100% ein Teil des Showprogramms wurde. Die Abschlussshow fand am Samstagabend statt und das Publikum war begeistert. Den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern wird dieser Workshop mit Sicherheit immer in powervoller Erinnerung bleiben. Die Abenteuerung bleiben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020